Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in HW4 und um es mit den Worten von Nuradon zu sagen, ey, 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 Japan, das sieht ja gar nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir das in den Griff kriegen. Ja, wir haben Verstärkung vom Russen und so und generell geht es den Alliierten auch nicht mehr so gut. Aber Australien und Amerikaner, dagegen können wir halt nicht so viel machen. Wir haben jetzt einen Siam-Spieler, der könnte hier unten einiges für uns managen, aber was ich natürlich auch mal machen könnte, wäre demnächst hier Truppen deployen. Könnten nämlich auch nochmal ordentlich helfen. Aber Tim, ich könnte Truppen deployen. Äh, ja, ja, Heiko, wir schicken gleich mal wieder den Sowjet-Core nach Japan, ähm, sie ist gerade schon unterwegs. Wir haben sogar, glaube ich, Truppen auf der Hensie, kann das sein. Ja, wir haben Truppen bei uns. Oh, yes, und die einen sind schon gekesselt, nice, der Scheiß. Ähm... Oh, ja, die haben Panzer, also, das ist natürlich... Ja, gut, warte, das sind, das sind... Es sind sogar in den Gebirge da echt zwei dran, gell? Ja, sehr ruhig. Was man fragen kann, kannst du, kannst du vielleicht sehen, dass man, äh, das auf dem Minecraft-Server, wenn man sich da, äh, disconnected, wenn immer noch teilweise auf dem Server aktiv ist? User, join your channel. Ja, Italien? Ich o-bon noch schnell, äh, Venedig und danach schicke ich das. Ja, okay. Sonst komm ich hier runter, du solltest das Gebiet halt, glaube ich, so oder so bekommen. Ich hab ihm noch mal mit Chanks geredet, ich war mir ganz sicher, wie das abläuft. Ähm, aber komm einfach runter, wenn du das Space Street schicken möchtest. User, left your channel. Ein bekommt jetzt doch... Du, äh, sag mal, was jetzt total, die du überlegst. Ja, ich sag mal, so, ne, die... Wir sind... Also wenn du mir die ganz... ...die die 8 Division hier zum Beispiel, die du bei Singapur rumstiegst, da kann ich gleich was machen. Was ist denn? Weil das sind ultra viel Marine, die du in so einem Grund stehen. Die 8 Division oder so. Alles in Ziem. Aber ich hab glaube, das... Wir können das neue Heimatlander verleihen, ich halte ihn uns sowieso. so die medienpanzer sind nicht dran ich glaube du solltest auf deine forschung die forschung ignorieren und hier den kram bei heiko oder so einkaufen ja 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 nicht die vision als expeditionstruppen dann kann man ja ja vorhin schon vor der stuttung ach sag doch was alles gut wieso fliegen die immer raus gibt es mit dem spectator in welchem problem ist es ist einfach so ein bug bei was zu fragen du musst unbedingt mal dein mikrofon fixen ja 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 gut wie läuft da deine pc ist je nachdem auf jeden fall ich bin halt zwischen also ich habe nichts außergewöhnliches gemacht die zeit lief ich habe rausgetappt bin ja reingetappt bin eine minute später wieder rausgetappt bin ja reingetappt weil irgendwas zum raustappen gab ohne es groß zu provozieren bin ich dann bald irgendwann rausgeflogen warum habt ihr den besten spieler auf die usa gesteckt eigentlich nein nein der beste spieler spielt russland okay der zweitbesten spieler als konter zu russland was ich nicht wusste ist dass er uns komplett fokust das hat ja klar wir können auch gegen russland machen ja ja das gibt aber nächste runde ist ja eine mini also es gibt ja immer die großen und die kleinen runden und nächstes mal eine kleine runde mit fünf bis zehn spieler maximal alle mit ungefähr so mittlerem skill ich hoffentlich auch mal gucken also die anzahl der spieler ist sehr begrenzt also ich kann euch jetzt ich kann jetzt kann keinem versprechen dass er mitmachen darf keinem wissen ob ihr dann zeit hat aber du darfst natürlich abends sonntag abends machen wir gerade immer community live stream der wie folgt aussieht wir spielen eine stunde faktorio dann wird eine fraktion von minecraft vorgestellt und dann kommt nura dann hast du schon die 127 slots gesehen bitte was ja wie ich wollte mal wir haben ja jetzt mein schloss aber ziemlich geupgradet deswegen wollte ich ein performance test machen habe die slot zahlen mal was ich aufgehoben de facto ja okay klar kann man machen ja nur zum testen ja also ich würde ich sogar immer auf 20 klassen ja ja auch ja weiter modden kann ich aktuell nicht so viel also gerade ist super stressig alles gut das meiste läuft ja also ich meine es gibt bugs klar aber die sind ja noch im rahmen das sind meistens so einzelne code bestandteile die ich mal eben fixen kann ja wie dieser eine fehler dass meine konsole total zugespampt ich dachte das ist ja voll der stress und du aber zehn minuten später ja jetzt ist das spiel oben das ging doch schneller das hat zehn sekunden gedauert ist halt eine zeile und ich erkenne den fehler meistens direkt und weiß ja wie mein code aussieht das ist ein ganz trivialer fehler du musst dir vorstellen du brechen das sind die distanz zwischen zwei standorten und wenn der einen standort in einer anderen welt ist von einer anderen dann gibt es eine fehler anmeldung und für jeden einzelnen mob passiert das und da kannst du dir vorstellen wenn das alle zehn sekunden passiert dann kommt auch einige fehler anmeldungen zusammen ja durchaus da muss ich halt einfach nur eine kleine bedingung einfügen dass sie in derselben welt sein müssen und dann hat es jetzt auch erledigt ja und dieses steuersystem das würde ich halt gar nicht jetzt einbauen also das ist effektiv ist es schon eingebaut aber die permissions sind halt einfach nicht vorhanden für die spieler und wenn das drin wäre dann müsste ich jetzt mal jahrelang bugs fixen das alles gut also wenn du jetzt weißt du hast eh nicht so viel zeit also für alle die sie wissen wir haben einen eigenen minecraft server gameboy darf da gerne mal den link in die beschreibung schicken und nur dann der der genau für die anmeldung oder für ein video oder so ein best für die anmeldung auf jeden fall nur dann der entwickelt da eben seine eigenen plugins und implementiert andere plugins macht da alles und tut und so ja das ding ist aber ziemlich geil und ja das sind features die werden sie auf keinem anderen server finden also definitiv so findest du übrigens schön nur dann dass die mobs die von dir eingebaut wurden nur am ob heißen ach nee das ist das package also du musst dir vorstellen dass die dateien wie diese mobs heißen und so die sind also ja wenn sie schon ein java programmierer auseinandersetzt dann hast du ja ja was ein package ich weiß ich aber nee ich fand es immer witzig wenn irgendwelche fehlermeldungen kam da steht immer dran nur am ob nur am ob nur am ob ja dann weiß halt wo die herkommen ja das ist ja schon klar der soll für da nicht auch irgendwas ab so beim p-stil nee das funktioniert so nicht also die p-stil sind völlig völlig verkorkt in diesem spiel die werden auch irgendwann gefixt ich finde das finde es grausam ich finde das gesamte konzept so wie es ist finde ich schlimm das ist funktioniert nichts es dauert lang es reicht das eine auf die toilette der hockt und scheißt und das ganze spiel kann nicht weiterlaufen und lauter so sachen das ist halt extrem undurchsichtig das ist das was ich bemängeln würde weil mal kann der fraktionsführer das nur machen mal kann nur der mit den meisten punkten ausmachen mal muss ja mal kann das nur der zweit mit den zweitmeisten punkten machen aber der muss noch über dem und dem drüber sein man muss noch die verdraht wurzel von dem gezogen werden naja genau so servus äh sind die friedensverhandlungen gerade schon durch oder wie nein das dauert noch ähm so als kleineren hinweis also es ist meistens so die ersten zwei spieler mit den meisten punkten einfach endlos lange auf warten drücken könnt ihr alles nehmen und dann ist die piece von fels vorbei ja das sind ja normalen möglichen was ist ist bei euch auch gerade ja das ist so irgendetwas schlechtes äh ich der kolumbianer ist rausgeflogen gerade das bin ich ah so kolumbien ist jetzt auch also japan ist seit ich tode hatte im moment kolumbien ist schon wichtig also heute ist schon ein geiles spiel wenn ich drücke auf peace mit sowjet machen ich krieg erstmal eine peace konferenz mit allen ja so sehr der sowjet ist ja alles aktuell also wir haben auch mit der alliierten sowas irgendwie sowieso sowjetunion gefühlt es sich an ein krasser ficker zu sein ach der ist ja nicht hier drin schade ich dachte er wäre noch drin hier ja okay also erstmal diese sowjetunion ist kein krasser ficker die hat bloß für 50 prozent ihres gerät kommt gerät kommt aus kolumbien genau deswegen gewinnen ich habe den tobi und die schweiz ich habe ich habe mehr fabriken als der inder ich bin nummer sieben der welt 50 mils ja ok heftig und die usa entwältet aber japan das macht sinn kolumbien kannst du nicht deine schiffe raus habe ich schon vor die japanische küste das doch da geht noch nicht aber ich habe sie an die amerikanische küste hast du sie da ich habe karibik und vor der amerikanischen küste also die garten pershing auf unser land stehosen es tut weh würde ich in den arm genommen wäre es möglich ein hot joint zu machen wenn die friedenskonferenz durch ist die friedenskonferenz ist durch ok ist seine antwort aber hey ja ja du kannst kommen ich war gerade weißt du ich bin war nicht darauf vorbereitet als gesagt habe dass ich japan spiel dass ich irgendwie mein land großartig verteidigen muss normalerweise können die auch gar nicht so richtig auf dem land rauf wenn du eine flotte hast die irgendwo steht ja wir haben auch eine sehr gute flotte aber wenn halt die gesamten gesamte alliierte flotte nur die japanische jagd so ungefähr dann ist das echt schwierig so leute drei von vier russischen panzer division landen erfolgreich gerade in japan weil jetzt reden wir nicht da hat vermutlich nach hause mit gehört dass wir groß raus besorgt haben dass wir panzer nach japan schicken das sind jetzt diverse gute drei sind angekommen ja das reicht ja gute quote ich meine die australier sind ein witz ich weiß nicht warum die immer noch irgendwie bestehen das ist ja eine ok ok da war das schon einer der schnabelt hier fraktion mehr müssen alle brennen gut der amerikaner wird sowieso gleich happy sein moment bin ich das war ein anderes das war ein anderer fehler ich hatte eigentlich mit papier schiff abgemacht dass wir bauen wegen diesen aids krieger dann hieß es für ihn plötzlich nie also ich meine gute nur nicht vor japans küsste mit breiten also wie gesagt niroshima kommen gleich die ersten anzahlen kann irgend einer von den beiden japan mal die ganzen truppen geben den sie dann geben hat explizit um punkt ist ich kann mir keine explizit geben muss bei mir in der fiction sein ich bin noch bei euch in der fiction mehr während den falschen leute er meint gerade dass er bei uns in der fiction ist ich bin die rede mit japan welcher spielt land 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 sie haben ja du bist nicht mit ich bin der sowjet jaja er redet mit mir ach so oh mein Gott ich bin behindert sorry ich bin schon zu Missverständnissen ich fühle mich zu verabschieden so ich schicke dir jetzt alle truppen bitte alle die in 2m sind einfach da sind super viele starke Truppen die ich alle brauche ja pass mal auf äh ich kann die nun nicht alle geben weil irgendwie sonst sonst sind es zu viele ich weiß nicht okay jetzt hier war general der heißt schizu tanda naka oder so ich kann mir die namen nicht merken genau expedition force positiv rassismus gibt negativ so hier sie haben 24 spaß jetzt angenommen ja ja ich glaube schon mal ich finde manchmal das sage ich nur radon und gameboy auch immer die diskutieren zu viel die sollten den leuten einfach sagen nein ihr kriegt nix fertig naja das habe ich jetzt schon häufiger gemacht ja das ist schon besser das kommt die Leute ah ich konnte mir gerade das hat mich blockiert das ist ja ja na schien wohl genervt das war geil ja Grüße aus dem Vogtland und am besten ich spreche es nachher an sobald ihr fertig seid die Japan nicht gefallen hast quasi Japan wird nicht fallen sagst du ist das eine Drohung? ich wundere mich dass wir noch leben ich dachte man kapituliert sobald mal auf dem Hauptland äh landet das ist an sich äh nur bei Atomwurmen so Servus so wie es ausschaut ist bei den Links von Osaka soll sich der Japaner aus den Gefechten raushalten weil die russischen Panzer müssen da durchkommen irgendwie und wenn der japaner die Gefechten blockiert ah lol ja sorry ja ich hab die russischen Panzer nicht gesehen machen wir also ja wir befreien jetzt Italien ich hab den Südspanen in der Provinz aufgemacht direkt an der Küste ja ich hab gar keine Convois ich hab keine Convois ja ja ich hab den eine Provinz da aufgemacht an der Grenze bei Spanien ach so ja ich lauf gerade mit meinen Divisionen durch Südfeindreich ähm Tim du hast gesehen dass ich dir Unmeng an Truppen gegeben hab oder? also Gameplay ich hab die Frage geschickt äh geschickt das Endgame äh nochmal kommen möchtest einfach nur weil es ja äh youtube kommt hab's nicht passiert wir alle ganzen Alliierten haben ihre gesamte Luftwaffe hier reingedammt haben auch unsere gesamte Luftwaffe hier reingepackt ach kommt schon dann kommt halt noch mehr Luftwaffe da rein also wo haben wir den Jäger? hier haben wir Jäger wunderbar schön ist ein Dive Bomber hier sind die Jäger eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neunhundert Jäger einmal bitte nach Japan haben wir noch irgendwo einen Flughafen äh egal so dann machen wir weiter hier haben wir nochmal 100 Jäger anderer Flughafen das ist jetzt dasselbe überhaupt peinlich wo haben wir denn sonst noch Jäger? so warte ich kann doch einfach einmal so machen so dann nehme ich alle Jäger die skippt da sind alles Dive Bomber hier die bewegen sich schon Carrier Dive Bomber Rapido Bomber Perfekt jetzt sind alle Jäger auf dem Weg nach Japan ok Gameboy das war Moderator der Admin aber ja hallo Marlon äh und ja du bist spät ran aber das ist ok wir streamen heute gegebenenfalls ja vielleicht noch vielleicht was anderes mal gucken die nachdem es jetzt auskommt magst du mal nur noch eine Stunde oder so machst du ja so immer halb elf ja aber ähm heute entfällt die allseits berüchtigte Zeit die ich jetzt nicht meinen Namen nenne ah Lina ist nicht da ich wollt grad sagen die ja also es gibt ja die die berühmt berüchtigte Wami Zeit Wami naja dein Spitzname und die entfällt heute warum eigentlich Wami ähm von Fettwams Wohl angemerkt ich ich wieg 66 Kilo aktuell aber das ist egal 1 75 1 77 ich bin nicht untergewichtig aber ich bin auch definitiv nicht zu dick ich kenn das Problem also ja würde ich 5 Kilo abnehmen wäre ich wahrscheinlich untergewichtig aber ich mach Sport das ich hab seitdem ich Sportnehmen zugenommen sogar weil ich davor halt totale Lauch war genau und jetzt dann halt ich bin immer noch totale Lauch aber es ist sehr viel besser geworden also ein bisschen also es ist wirklich besser geworden und ähm ja aber sie nennt mich trotzdem liebevolle Wami ja sie hat mir auch gestern Abend noch Kuchen also wir haben irgendwie sehr Kuchen gebacken und da hat sie den hat sie gesagt wir essen jetzt den gesamten Kuchen der noch da ist so ungefähr und danach hat sie mich als Fett bezeichnet also lieber den Apfel Kuchen besser als den Schumel Kuchen ne warte was äh bleibt der Stream als Video online ja ja also wie immer also nein die Streams äh die Videos werden einzeln hochgeladen ach so ja der Stream bleibt sogar online aber er ist halt nicht gelistet aber er ist nicht gelistet also wenn ihr die aber du hast einmal du hast einmal für Premium Abonnenten das irgendwie freigeschaut da war ich richtig sad als ich den Streamer verpasst habe echt? also hier hast du irgendwie was mal eingestellt dass nur noch Kanalmitglieder das irgendwie gucken konnten und da war ich so hm Mann auch stimmt das hab ich mal irgendwann mal gemacht ja ich hab mal schon einiges ausprobiert also aber es gibt nen Trick wie ihr alle Livestreams im Nachhinein anschauen könnt aber den sag ich jetzt natürlich nicht ich wollte Katz sammeln man könnte sagen man könnte doch einfach die Dings sammeln und nen Archiv machen oder so es ist ja nicht so dass sogar schon ein Archiv existiert aber mehr sag ich nicht ach komm man muss die Dings haben das ist das das reicht aus was ist denn los mit den Indern ey die ersten Indisch Gott ja das scheint so ey welche die Reckender sind so oh die sind wie so ein Krebsgeschwür wo ist es nie ganz los das ist negativ was hat Krebs mit Rassismus zu tun dass du ne komplette Nation beziehungsweise ok Nation Rassismus hm Guck dir doch mal Inder als Krebsgeschwüre bezeichnest ja ok das ist das ist schwierig da hast du recht ich hab's ja nicht als freckige Krebsgeschwüre bezeichnet Krebsgeschwür ist allgemein nur sehr negativ äh warum hast du die Reaktion sonst von uns so groß hab ich nicht hast du nicht falls ja dann war das auch so sehen ich hab nicht mal Transportschiffe das ist echt traurig mir fällt noch ein Trick ein wie man an die Links kommt kommt in die WhatsApp Gruppe komm in die Gruppe komm in die Gruppe ja aber in die Richtung geht's schon komm in die Gruppe haut hin aber Game Boy ich sag's dir später ok ok und so find ich sogar meinen eigenen Live Stream schneller wieder als über die YouTube Funktionen also im Nachhinein muss ich sagen ich weiß nicht was ich als Chinese anders gemacht hätte ich weiß es einfach nicht ich hab noch nie Japan wirklich gespielt deswegen kann ich eh nicht so zu sagen du hast alles top gemacht ne das was du gemacht hast ja verschwelliger Angriff aber wunderschwelliger Angriff ich warte ja immer noch auf was aber irgendwie passiert's wohl nie andere Geschichte wir können natürlich jetzt komplett wasted sein und sagen dass ihr mir den Krieg erklärt und ihr meine Industrie an Ressourcen bekommt Alter ich will die Truppen aus Frankreich bitte nach Japan geschenkt Alter ich hätte 68 das ist ja total damn ne Eika und die haben keine Ertrition warum haben die denn keine Ertrition man ist immer gut wenn alle sich beschweren von wegen wie schlecht meine Fraktion spielt oder so und jeder der meine Fraktion spielt ist so die erste Reaktion so kacke alter das ist ja voll unfair und so klappt es doch nie ja es ist nicht so einfach ja man könnte jetzt argumentieren das liegt daran weil ich so ein inkompetenter Verbündeter bin aber das war nicht das was ich sagen wollte auch dadurch dass du einen kompetenten Verbündeten hast bist du ja noch nicht mehr inkompetent gewesen du hast ja mit dem Typen zusammengespielt ja stimmt ja immer noch sorry Entschuldigung nein er ist längst tot äh keine Ahnung Herzinfarkt vom Schulgefall was haben die Russen eigentlich für mittlere Panzer dass die da so hart durchbrechen das ist ein schwere Panzer ich glaube das war ein Medium Tank ah Flugabwehr mobile Flugabwehr ja was kann die macht die sich äh schluss auf den Tag ohne Ende oder wie nein die von dir die hat auch Piercing bringt den Infantrieeinheiten heute auch Piercing und so das macht gut China da ist ein bisschen was falsch gelaufen bei dir kannst du dich mal mal anschauen da sind ein paar Leute durchgebrochen äh close air support da sind elf Alter warum können wir so viele Special Troops bauen was geht elf Mountaineers haben die gebaut die Inder what ich wünsch ich könnte mir sind die Wahnsinn ja ich sehs doch ich kann es aber Mann ja ich versuch ich versuch ja nur den äh Japaner vor allem auch hier noch zu überleben zu lassen ich versuch ich versuch weit im Süden wie im Süden wo im Süden welcher Süden ah lol die haben eine Bombe gedroppt ja nein historisch so da gerade unten hab den Russen geschaut russischen Panzer fahren schon los ja du sagst es noch ich glaub das Ding ist gleich gelaufen ich hoffe es ich hab mich Aiko Aiko was 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 anping anping ja kann der Sowjet nicht irgendwie in den Iran einmarschieren oder so dann nochmal Druck machen nein wieso stehen keine Truppen in Tokio ich hab's aber im Griff ok ich hab's doch nicht im Griff Leute Okio ist gefallen Okio ja das macht ja nicht so einen riesigen Unterschied dafür wenn ihr gerade 30 in die Division entzirckelt oder so wir sind noch 18% weg davon ja Nagasaki fällt gleich die brauchen aber mindestens noch ihre Ruhe ich bring mal hier da guck mal wenn Nagoya fällt habt ihr auch kapitaliert und der steht direkt da dran oder Nagasaki ja Nagasaki fällt jetzt das war's glaub ich Nagasaki fällt ja Nagasaki fällt ja gut dann ja wir warten nochmal kurz mal gucken was passiert hä wieso kann ich die Feinde nicht angreifen um Gott 88%ige Kapitulation aaaaaaah mit Unterstützung vom Sowjet wie kann er sich sagen das wird noch glaub an den Endsieg ich glaub an den Endsieg also ich glaub an das Herz der Karte Alter der Chinese macht jetzt eine Offensive bei Australien sieht's aber gut aus eine Frage habt ihr euch eigentlich das Konzept eines australischen Kanadiers vorgestellt? nein ein australisch Kanadier das klingt so als würde man das nicht kreuzen dürfen sowas wie ein Säugetier was Eier legt oder sowas gibt's das war ja der Witz gerade meine Güte das tut mir leid guck dir mein Land an ich hab keine Zeit für Witze das ist ernst naja jedenfalls ich hab dir das grad so vorgestellt australische Kanadiers sollte eigentlich so sein dass sie ein beleidigt werden sie sich entschuldigen hängt doch sie, oder? meinst multiple Persönlichkeiten? generell dass sie sich der Server leckt gerade Alter Mann die haben so viele Flieger in der Luft ich hab jetzt die gesamte japanische Luftwaffe in Japan und es bringt nichts ich hoffe nicht dass du Stacking betreibst was für Stacking lol wieso hab ich hier zu viele Flieger ah lol die sind erst nachher angekommen nee das ich hab das extra versucht zu vermeiden ah nein die sind von dem verbündeten Flughafen quasi ja wir haben keinen Flughafen mehr die sind alle erobert worden ja dann wird das ja nichts mit der Luftüberlegenheit achso nee ja tadeos der Endsieg ach dafür braucht man keine Luftüberlegenheit da kann ich halt Chineser irgendwie den Volkssturm ausrufen wo jeder Typ ne Waffe oder so ein Eisenrohr bekommt und einfach nur ich wollt grad sagen einfach nur ein Rohr aus der Wand reißen und dann ist gut so 10 Chinesen nehmen einen Stahlträger das passt doch schon um einen Panzer aufzweigen ja mal Tadeos hey Chinesen im Kontra was nein da ist auf der Straße und erzählt dann sich was da kam die Polizei was ist denn das hey Chinesen im Kontraß was von Menschen in der Corona Krise was bei Chinesen mit Corona ja ja ok das ist wieder rassistisch das kann ich als Chineser sie ja nicht gehen chink 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 was das ist das was ich verstehe das kann das kann das kann auch eine andere asiatische Sprache sein das ist ja ok das Einzige ist dass sie ne Millionen Manpower deployed haben ne net wie das Endwort Nougat 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 weißt du wenn du Nougat in dem rassistischen Kontext erwähnst wird dieses Wort das davor nicht rassistisch schon auf einmal rassistisch das ist irgendwie interessant gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff für garantiert das Gefallen ist ein Fachbegriff Fach in Anführungsstrichen eigentlich böse äh hat gute Arbeit geleistet muss ich sagen not bad gut gemeint Nagoya fällt gleich jetzt ist es gegen KI wir hatten in den letzten 36 nein nein gegen KI würde ich nicht verlieren wir haben 26.000 Mann verloren in den letzten 12 Monaten oder so auf unserer Hauptinsel das geht ja noch kein Problem wir haben zwar keine Manpower mehr aber im Moment pass mal auf müsste sich theoretisch die Manpower nicht exponentiell Service by Requirement so also rein theoretisch wobei All Ordered Surf geht glaube ich auch noch weil Construction Speed brauchen wir ja nicht so aber nur Scrapping the Barrel kann man nicht machen weil ich glaube da werden die Truppen auch schlecht oder? ne war alles woanders irgendwo irgendwo wurden die Truppen schlechter wenn man das äh wenn man die Conscription Law zu weit hochgedreht hat in irgendeinem Mod oh ich glaube wir haben kapituliert Ja, ja, man hat geduldet. Oh Gott. Oh nein. Oh, dann geht der Krieg in China weiter. Hahaha. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Let's Play WG. Wo ist die Sowjets-Klotte? Ja! Ja! Ich schlager eine KI! User left your channel. Ah, scheiße. Marlon, du tust mir total leid. Also, deine Probleme hätt ich gerne. Eiko, magst du noch... Eiko, wollen wir noch irgendwas machen? Ich weiß nicht. Soll ich einfach Eis holen und das jetzt... Ja, ich würd's jetzt noch 10 Minuten laufen lassen. Und dann wär rum. Ah, endlich. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wer war nochmal der innen da? Respekt. Gut gemacht. Danke. Oha, kein Lötnis für die britische Luftwaffe. Alter, komm. Luftwaffe? Luftwaffe? Flugzeuge? Äh, Luftpriorität anstellen und dann passt das. Dafür kriegst du kein Lob von mir. Ich glaube, das ist keine Kunst. Ranger, Ranger. Ich hab... Alter, die sowjetischen Panzer waren der blutigste Krieg da in Japan, den ich gesehen hab. Alter. Alter. Die kann eigentlich Frankreich noch so viele Truppen haben. Wieso ist dieses Scheißland eigentlich immer noch... Wird gefühlt mächtiger, nachdem es kapituliert hat. Kann das sein? Die kriegen sogar einen neuen Focus Tree, wenn sie kapitulieren haben. Alter, du musst dir das so vorstellen. Irgendwie die Hälfte meiner Armee ist... Zwei Wochen, nachdem ich kapituliert habe, in London aufgekommt. Ja, also da stehen 40 Divisionen grad in England. Französisch, ja. Alter. Äh, und... Aber den allergrößten Respekt hat die Sowjetunion verdient. Eigentlich der Amerikaner jetzt am Ende noch. Nein, nein, nein! Eigentlich der Australier! Nein, eigentlich der Australier! Heiko, Heiko. Die Aktion, warum wir Deutschland und Frankreich verloren haben. Amerika! Das Kollektiv... Das Kollektiv... Das Kollektiv... Na, jeder hat einen wichtigen Teil erledigt. Das Kollektiv Menschheit hat... Die Kollektiv Freie Welt hat gewonnen! Was? Die Kollektiv Freie Welt? Das ist ne Frage, wollen wir vielleicht auch die Kommentaren hochholen? Ja, ja. Das ist böse, wenn wir die nicht hochholen. Nein! So! Ja, jetzt ist Chaos. Ja, wir sind durch. Also, logischerweise, weil ich bin tot. Ähm... Ja, jetzt kann doch jeder reden, was er will. War ein fairer Kampf, war... Würde ich sagen, alles ist fair und es gab jetzt auch irgendwie keine... Ich find's schön, dass es jetzt keine irgendwie Aktionen gab, wo sich Leute über drüber jetzt aufkriegen. Ich weiß, Franzose, der eine Amerikaner, aber sonst... Also... Die Aktion, über die ihr euch die meisten aufgeregt habt... Du musst dir vorstellen, französische und amerikanische Truppen stehen zusammen an der russischen Grenze in Deutschland halten. Mhm. Der Ami, ich sag, er zieht sich jetzt zurück. Ich sag, nein, du ziehst dich nicht zurück, du bleibst stehen. Was macht er? Er zieht sich schon zurück und steht am Rhein. Und dann wundert er sich, Frankreich, wo ist deine Armee hin? Aber Frankreich hat trotz allem noch Hilfe geleistet in diesem blutigen Krieg. Überall ist Australien leistet. Australien bekommt offiziell den Morden der freien Welt. Jawoll! Nee. Der hat in diesem Krieg so viel... Der hat so viel geleistet. Äh, der MVP geht ganz klar an Kolumbien. Erstmal die Sowjetunion retten und dann die ganze Welt mit Waffen versorgen. Jetzt ist die Runde vorbei. Ja. Und wann? Ganz erst die Runden immer hier damit enden, dass... Och, hallo, jetzt gerade wo die Tulesen in Afrika erobern gehen. Hallo, ich sitze gleich in Miami. Ich hätte da ganz gerne die erste Tupolev über Washington gesehen, die Atombombe. Echt? Echt? Würdet ihr jetzt da nicht mal langsam die Fabrik auf die Luftwaffe komplett umstellen dafür? Ja, wieso? Die checken das doch eh nicht, wenn von Kuba aus ein einziger Bomber und ein paar Heavy-Fighter rüberfliegen. Nein, das wird bei Pichef nie auffallen. Wobei, da gab es diese Washington-Landung. Also... Also egal, was in Amerika passiert, meine Army steht in Japan. Von daher schaue ich auch bloß nach Japan. Wir hatten mit 100 Fight und ein paar Klaus-Erst-Support teilweise in Europa Luftüberlegenheit. Also der Italiener... Der Italiener hat das Spiel echt gerollt. Das ist echt hässlich gewesen. Ja, ich hab den Krieg gar allein gewonnen. Also die Sowjetunion haben da nichts gemacht. Ich hab den hier komplett allein besiegt. Ja, aber ich finde es halt stabil, dass der Italiener noch gar überlebt hat. Ich dachte halt ernsthaft zwischenzeitlich gefällt. Ne, ne... Also ich find's krass, wie die plötzlich dann irgendwie 20 sowjetische Panzer in Japan aufgetaucht sind. Ja. Ich möchte kurz sagen... Das waren nicht 20. Das waren natürlich 4. Ja, ich weiß. Aber für uns hat es sich wie 20 angefühlt von der Stärke. Ja. Oh Gott. Also ich hab 20 in Wladivostok stehen, die kann ich mal rüber stehen. Und was mein Erfolgserlebnis des Abends war, das war unterhalb von... Das war bei Wien, glaub ich, der Ecke sogar. Ähm, als ich dachte zuerst, dass ich gemimt worden wäre, weil wir mit dem Tank-Division gekesselt wurden, da war auch immer 4-Amika-Tank-Division gekesselt. Das war ziemlich lustig. Oh Gott, ja. Mann. Jetzt kann ich gar nicht mehr in den Australien landen. Mensch, ich hab Kopfschmerzen teilweise bei meinen Verbündeten bekommen, ja. Ähm, die sind im Channel-Nausi. Also... Stört dich aus. Ich glaube, das funktioniert schon. Nein, nein, der Verbündete, über den er sich aufhört, ist gar nicht da mehr, tatsächlich. Er war in den Verbündeten, über den er sich aufgeregt hat. Äh, Fälterwitze. Ich hab mich auch über dich aufgeregt. Äh, wo hab ich denn was gemacht, bitte? Herr Büschfurt, ich muss nicht wissen, was du getan hast, um zu wissen, dass du was getan hast. Das ist kein Problem, ne? Genau das ist ja eben das Problem. Ne, ne, ich hab in dieser Runde... Hä, ich hab in dieser Runde... Sorry, aber ich hab in dieser Runde in meinem 2-Spieler Europa... Loll, das sind noch ein bisschen... Nein, Nasimo, ich hab in dieser Runde meine 2-Spieler... Aber, aber, aber... Es waren schon so ein paar Antionen dabei, die waren einfach nur so... Ich war in Europa nicht zuständig, mate. Ja, gut, ich hätte vielleicht vorhin keine Vision auf den Balkan zu schicken. Ah, willkommen in Miami. Das kann man nicht sagen. Es sind noch zwei Antionen, mir halt ernsthaft ziemlich leid. Die haben sich irgendwie, keine Ahnung, mit einer Handgranate vor sowjetische Panzer geworfen. Äh... Heiko, nimmst du eigentlich immer noch das Spiel auf, oder? Ja, ja, ich nehm's grad eben noch auf, weil ich's immer witzig finde, aber ich mach jetzt dann gleich Schluss. Hat der Ami jetzt grad echt 12 Divisionen einfach so vor Miami geworfen und die sind von der... Von um die Halle an... Ja... Die werden gleich überrannt. Das gehört so. Aua, aua... Also, ich steht jetzt nicht überrennen. Ja, überrennen ist das jetzt nicht wirklich. Ah, Papierschiff, möchtest du mir... Möchtest du mir nicht Japan geben? Oh... By the way, Heiko, weißt du, wer der britische General war, der in Japan gegeben hat? Ja, du hast's schon erzählt, irgendein komischer... Nein, nein, das ist der... Nein, nein, das ist der... Ich hab den Oberkommandanten zu Montgomery machen. Der General war ein Kroater. Ah... Pfff... Oje... Weißt du, du wirst aus Europa zurückgedrängt und was machst du? Du nimmst die kompetenten Rehler einfach noch mit. Moment, warum ist die gesamte Karibik auf einmal kolumbianisch? Wie gesagt, sag den Kroaten schöne Grüße aus seiner Heimat. Ich hab wohl wieder was verpasst. Ich bin grad erst nach 15... äh... Warte, ist dir das echt nicht aufgefallen? Nee. Ah... Wieso? Ich... äh... Hier... Ah, es leben noch immer Amerikaner in der Maginot-Linie, was ist denn das? Wir haben das so klein, es ist einfach nur schlimm. Und ich... Ich... Ich möchte mich nur mal ganz kurz, äh... Rechtfertigen, warum ich als Chinese überhaupt so wenige Divisionen habe. Ich hab einfach nicht die Templates gehabt, um die Visionen zu spammen und auch nicht die Industrie, um die Visionen zu spammen. Ja, aber du nutzt ja als Chinese Spam-Templates. Du spielst ja nicht hier... Ja, aber... Du spielst da 40er-Weite ohne Support. Du spielst 10er-Weite ohne Support. Ich war ja... Ja, ich war ja nicht... Ich war ja nicht der... Die Templates, die ich hier habe, die sind eigentlich vom vorherigen Chinesen tatsächlich. Und das hätte jetzt nichts... Ich habe ein Spam-Template, das hab ich die ganze Zeit lang aufgebaut, bestimmt so... Die ganzen letzten Nightstream habe ich versucht, die 24-Missionen davon auszuhebeln. Es ging um... Was für Spam-Templates hast du denn? Ja, warte mal... Ähm... Das waren... Jun... Äh... Junatuan 2... Nein, sag mal das Template. Und das waren 6... 6... 12er Combat-Wolf. 6er Infanteristen halt drinnen mit... Ähm... Mach 10er-Combate weiter. Aber ich habe es ja auch ernstlich verstanden, dass beim Chinesen so viele 40er-Weite rumgelaufen sind. Vor allem, wenn du halt verteidigst. Dann spielst du 20er- oder 20er-Weite. Also ich... Ich muss mich nochmal bei der britischen Luftwaffe bedanken. Die hat, äh... Wow. Ne, also... Alter, die britische Luftwaffe ging mir ja mal so auf den Sack. Weißt du? Europa wird überrannt, aber Hauptsache 5.000 Flieger in Indien. Das haben wir halt auch nicht gerafft. Es waren... Es waren... Es waren für sich nur 2.000. Aber trotzdem... Trotzdem... I know Air Russia braucht man halt keinen Luftwaffe in Europa. Warum? Cass? Äh... Ja, Cass. Aber Cass hat Amerikaner geboten. Das hat... Das hat mir ziemlich geholfen, dass dann 500 kolumbianische Bomber plötzlich Finnland beherrscht haben. Ja. Also... Was für Finnland, hä? Achso, stopp, das war... Das war irgendwie... Ich hab dann... Ja gut, wir sind... Wir sind vorgerückt. Sorry, das war der falsche Tag. Was hat der Kolumbianer da gerade... Nein, ich meine aber nur... Der Kongolese gerade für eine Frontlinie gezogen in Afrika. Ich hab teilweise meine Fliege einfach in Suizidmissionen geschickt, einfach nur um die Duft überlegen. Ja, ja, das ist einfach nur eine Frontlinie, also halt mehr nicht, ne? Ich lasse die einfach marschieren und von ein paar Stellen ein bisschen anders aus. Bei mir war das halt gerade einmal so ein Schlenker von dem Fall der Frontlinie, der so die Nil hoch zum Sue ist und dann einmal um Westafrika drüber rum. Aber sag mal, Heiko... Ja? Ist es euch echt nicht so aufgefallen, bis ich reingekommen bin, dass ich mit tausend Bombern euer Land bombardiere? Ja, natürlich, ich hab auch schon wieder hochgeschickt. Aber wenn die Stadtbomber hattest, wieso hast du nicht eigentlich Russen bombardiert? Wieso hast du nicht uns Russen? Okay, und dann ist die russische Front gefallen und ich hab mir gedacht, dann mach mal lieber auf den Japa... Äh... Erster Japa... Also ich hab natürlich auch keinen einzigen Stadtbomber bei uns. Also, stopp mal. Eure... Eure Strategie war, anstatt sie zu verteidigen, eure Strategie einfach den Streamer rauszunehmen und damit die Runde zu beenden, oder was? Ja, genau. Ja, doch. Das ist nicht die Standardstrategie. Ah, deswegen wurde die gebannt. Ja, gut. Es war nicht wirklich rausnehmen, es war das leichtere Aufrei. Das heißt, ich spreche jetzt einfach, hoste weiter, dann irgendwie uns schon ohne Heiko weiter. Das könnt ihr, das könnt ihr machen, das ist kein Problem. Da hab ich kein Problem. Weißt du, ich hab geradeausfunden, ich hab noch was im Ofen, also... Ich biete euch an, wenn ihr jetzt das Weiterspielt und irgendwann nehmt das auf, dass ich's hochladen soll. Also, wir dürfen dir gratis Content machen. Ja, genau, danke dafür. Ich schneide es sogar noch gerne. Ah, danke Gameboy. Wenn ihr mir noch einen Funnen macht, dann wäre ich richtig dankbar. Ich bin ja einfach nur für die explodierende Atombomben-Compilation über die USA. Aber England hat mehr Division, als es braucht. Wie weit seid ihr mit Atombomben? Äh, wir haben in 200 Tagen den letzten Tech durch und wir haben jetzt halt mit Reaktoren voll. Ah, okay. Ja, das ist nicht weiter. Ja, Kolumbien hat auch gerade den ersten Reaktor fertiggestellt. Ich glaub ich auch schon, aber bei mir dauert es noch 500 Tage, wo ich dieses Tech bekomme. Gut, aber noch hätten wir die Luftüberlegenheit, also... Ja gut, das Problem ist, wenn in Kube halt so ein paar Heavy Fighter und ein paar Stadtbomben, also die hüpfen halt in Amerika von Luft provinz, Luft provinz. Eine Frage hatte einer von euch schon mal die ICBM. Na gut, Leute, ich werd mich jetzt veranschieben. Jo, tschau. Nein. Warte, die ICBMs überhaupt, ich würd das mal sehr stark in Frage stellen. Metti, das sind einfach halt V-8-Raketen. Ja und? Oh lol. Oh lol. Oh lol. Weißt du was mir aufgefallen ist? Das lustige ist, wahrscheinlich sind die effektiver als die Atombomben. Ja. Ja, aber dazu müssen sie auch. Schau dir an, wie gespielt dieser Tech ist. Das ist der letzte Tech. Australien? Ja. Weißt du was mir aufgefallen ist? Ja. Oh gut. Ja, das äh, ich wollt einfach auch mal im Video das nachgeplänkelt drin lassen, dass ihr das seht. Aber ja, war ne gute Runde. Ich hätt's jetzt heute eh beendet. Klar, man hätt sich jetzt natürlich noch riesig drüber aufreden können, was wir auch getan haben. Dass man jetzt unbedingt auf uns gehen muss. Aber, ähm, im Endeffekt hat's auch gepasst, weil es hätte eh der letzte Part sein sollen. Wär noch cool gewesen, wenn irgendwelche Atombomben natürlich in England hochgegangen wären oder so. Aber ich denk, die Sache ist gegessen, das wird niemand bestreiten, dass die Sowjets die Sache hier auf jeden Fall gewonnen haben. Und, ähm, ich hab viel über Luftwaffe gelernt, äh, Tim hat nochmal viel über Flotte gelernt. Also, ähm, hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Und, ähm, ja, dann war's es soweit mit dem Projekt. Das Video hier kommt vermutlich eh erst, weiß Gott, wann aufgenommen wurde, ist auf jeden Fall am 6. Mai. Ähm, bin mal gespannt, wie die Lage überall ist. Ich mein, wenn das Video online kommt, hab ich meine Bachelorarbeit schon längst abgegeben. Schreib schon beinahe wieder Klausuren. Und, äh, mal sehen, wie's mit Corona weitergeht. Eigentlich interessant. Aber gut. Dann, äh, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Projekt haltet. Und wahrscheinlich läuft, wenn dieses Video kommt, parallel schon längst irgendwie ein anderes Projekt. Keine Ahnung, was das sein wird. Aber gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.